3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wildshade und finally zu den ganzen Informationen, die es zum Winter-Update gibt. Das Winter-Update wird am Dienstag für uns alle verfügbar sein und hat einige Sachen drin, die bisher noch nicht so ganz klar waren. Wir wussten ja bisher schon, dass die drei neuen legendären Pferde kommen werden, aber jetzt wissen wir übrigens, dass es nicht nur drei, sondern neun werden. Ich habe die euch ja schon mal gezeigt, hier seht ihr sie auch nochmal und diese unterschiedlichen Pferde werden ins Spiel kommen. Also das sind jetzt drei davon, es werden insgesamt neun werden und ihr werdet sie entweder in der Zucht finden und zwar das ganze Jahr über oder sie jetzt als Special Deal bis zum 12. Januar werdet ihr sie kaufen können und dann werden sie dort entweder 9,99 Dollar oder 10,99 Euro kosten und sie werden vom Level her sich immer daran anpassen, was ihr bisher als Bestes verfügbar habt. Ich bin gespannt drauf, ob sie dann auch bei mir zum Beispiel als Beispiel in der Violetten, in der seltensten, in der höchsten Stufe schon bei mir verfügbar sein werden. Außerdem haben wir auch neues Equipment, was ihr hier zum Beispiel auch schon auf den neuen Pferden sehen könnt, unter anderem neue Farben. Natürlich gibt es auch, die ihr schon teilweise im Spiel gesehen habt, diese Regenbogendecke, die ja schon auf mehreren Pferden zu sehen war. Die wird es dann da auch nochmal zu organisieren geben und dann wird es zwei neue Strecken geben, nämlich Snowdrift und Sunrise Show, was so viel wie Sandbank in der Art heißen wird. Also es wird so eine Schneestrecke und eine Sand, eine so eine Coaststrecke, eine, wie sagt man, Küstenstrecke, eine Strandstrecke, so eine Meeresstrecke in der Art geben werden. Dann wird es natürlich dazu auch nochmal ein Starterpaket geben, in dem ihr für einen vergünstigten Preis direkt dann auch schon alles Mögliche an Starter Equipment bekommen wird. Was wir genau da drin haben werden, werden wir dann aber noch final sehen. Dann zu werden jede Menge neue Namen ins Spiel kommen werden und auch die Möglichkeit, eure Pferde jetzt mit Einzelnamen zu betiteln. Also ihr könnt dann jetzt finally auch, wie ihr hier schon sehen könnt, nochmal euren Pferden Solo-Namen geben, was ich total cool finde, weil ich das eigentlich immer eine sehr geile Funktion auch schon damals bei anderen Spielen fand. Dazu wird es einen Winter-Loading-Screen geben, also der Ladescreen am Anfang wird dann winterlich angepasst und auch die Musik wird in einigen der Rennstrecken angepasst werden. Das sind soweit die Sachen, die neu ins Spiel reinkommen werden. Dann wurden jede Menge Sachen auch geändert, unter anderem auch, dass am Ende nochmal so richtig angezeigt wird, wie viele Moon Coins ihr bekommt. Der Namensgenerator wird ein bisschen verbessert. Die Seltenheit der Equipments wird nochmal angepasst, also dass ihr dann nicht mehr seht, dass ihr am Ende was Grünes bekommt, was eigentlich dann schon Seltenheit lila sein sollte. Und dann auch nochmal bei Holiday Island, bei dieser Urlaubsstrecke, wird auch nochmal da dann das Musikstück angepasst werden. Und wenn ihr jetzt etwas von höherer Seltenheit verkauft, wird das jetzt dann final auch rot angezeigt werden. Und ihr werdet auch nochmal am Ende eine zusätzliche Sicherungsfunktion bekommen, wenn ihr etwas dann verkauft. Nämlich bekommt ihr dann auch nochmal den Sell-Button, den ihr dann nämlich auch nochmal zwei Sekunden lang drücken müsst. Also es ist dadurch deutlich unwahrscheinlicher, irgendetwas aus Versehen zu verkaufen. Ja, dann wurde auch der Bug gefixt, der dann eben auch noch es ermöglicht hat, teilweise im Spiel deutlich mehr Punkte zu bekommen, als man eigentlich bekommen sollte. Und vor allem, was auch noch richtig cool gemacht ist, dass ihr jetzt, bevor ihr beim Absprung bekommt, ihr jetzt schon die Magiepunkte gut geschrieben und nicht mehr beim Aufkommen. Das ist deswegen reingefügt worden, weil manche Leute während des Springens getroffen wurden und dadurch dann überhaupt keine Prozente bekommen haben. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die reingekommen wurde und dann entfernt man nicht mal mit dem Sprinten jetzt auch den optischen Effekt von den Ketten, die man schon teilweise drauf hatte. Dann wurden auch noch einige Funktionen gefixt, die im Bereich der Stelle waren, dass sozusagen jetzt auch die Stelle ordentlich angezeigt werden. Und zusätzlich auch der Zuchttext nicht mehr entfernt wird, wenn man ein Pferd verkauft. Also generell sind so da so ein paar kleinere Bugfixes generell beim Züchten auch nochmal reingekommen. Und ganz, ganz wichtig, bei einigen von euch war das ja schon immer so, dass der, ich schaue mir jetzt eine Werbung-Button nicht mehr da war, der ist jetzt auch gefixt worden, dass er jetzt die ganze Zeit bei allen Leuten die ganze Zeit auch da sein sollten. So, dazu wurde übrigens auch der Verkauf-Button entfernt bei dem Zuchtbereich. Also das hier nicht dann aus Versehen beim Züchten, um plötzlich euer Pferd verkauft, das war auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist definitiv wichtig, ist mir auch schon mal fast passiert. Das sind die Sachen, die jetzt alle bei den Bugfixes und bei den zusätzlichen Sachen reingekommen wurden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr so die Änderungen? Ich finde einige richtig gut, bin gespannt, was es dann alles insgesamt an neuen Ausrüstungen zusätzlich geben wird. Und vor allem auch, wie die sechs weiteren Special-Pferde aussehen werden. Und ich freue mich schon, mit den ganzen neuen Pferden zu züchten und was man dann alles so rausbekommt. Und auch natürlich, wie dann die Stats dann final von den seltenen Pferden sein werden. Weil auf meiner Stufe muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie direkt auf dem Maximum bei mir zum Beispiel sind oder bei euch direkt auf dem höchsten Niveau eurer Pferde. Ich bin gespannt, wenn ihr weitere Fragen habt, haut sie einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.